Ja, hi, willkommen. Mein Name ist der Nero-LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Megaman X8. In der letzten Folge haben wir diese verdammte Dornen, viele Bewegungen, lass uns nicht darüber reden, Level geschafft und ja, es liegen nur noch zwei Level vor uns. Wir können uns nichts verkaufen, verdammt. Also, nehmen wir uns die letzten beiden Level vor. Jetzt nehmen wir uns wirklich diese Level hier vor. Ich überlege gerade, ne, das war, ne, Überlegungsprozess abgebrochen, so, ich hätte keinen Anlass mehr wieder. Und, wie nett ich bin. Und mit ihm können wir diesen Typen voll einfach erledigen. Und, wie wir das machen, das zeige ich euch gleich. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal hat wir in dieser Level sind. Und hat fünfte. Wir wissen, wie es hier abläuft. Großer Roboter kommt, macht alles kaputt, verfolgt uns. Kein Zweck, will immer noch alles kaputt machen. Wir machen ihn kaputt. Und alle sind fröhlich. Und, wie auch, dass er nicht so ein trocken hat, ne. Unglaublich. Und, wie auch, dass er nicht so ein trocken hat, ne. Unglaublich. Wenn wir auf einmal zufällig vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aber auch schon gesagt habe. Aber ich habe auch so ein Verdacht, wo ich in der Bamboo Pandemonium Level ein Metall übersehen habe. ein level ein metall könnten mir vorstellen wo es ist aber ich habe leise vermutet vor dem ist eigentlich stimmt ich habe leider noch nicht immer das seltene metall gefunden womit ich geld haben kann wird ziemlich ein bisschen schade am ende spielst du es nicht mehr für ich habe schon gleich alle mehr wir brauchen länger sehen wir übrigens noch kein kratzer abkommt wir können nicht aufhalten sie können nur hinterher rennen wie ein paar blöde als nix da schöner auf und darauf und darauf und das war auch so hier waren wir auch hier rum zu albern man muss das spiel endlich weiter bei ihm schon die zuschauer aber das hat gebraucht aber nicht probleme die wir darauf geschafft haben ich kann ja auch nicht erwähnen weil wir mal ein levelig absichtlich als letztes erst mache das ist feuerlager und feuer hat für mich so eine post priorität im export war auch der feuerboss irgendwie der wichtigste von den posten deswegen möchte ich ja ja ich habe die level schon ein paar mal diesen raum kann man eigentlich schaffen indem man einfach nur stillsteht und springen die 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 haben jetzt viele fachse reich gibt das singe schritt wenn man was funktioniert in diesem spiel du jetzt mache ich dich kaputt der post ist so bekloppt er machte hier irgendwas wir gehen einfach hin und her schießen ihn ab wegen kran voll traurig denn diesmal sterb ich nicht mit einem schlag der brüder an der sterb jetzt ist ein schlag er versucht verzweifelt irgendwas zu machen und schon erledigt das kommt glaubt schon der post super stark spital das geschützt hat jetzt in den rüstung los als belegte sie haben das ist eine einzige chance viel glück genau das werden wir machen die we are we mine here is used in space development he must be behind this what does he want with these minerals my master space resources even a decaying pile of scrap like you can guess with that many no we are probably in the middle of your old world has come großkampel wie damals sagt wenn wir dazu gehen abzieht und die dabei das erwartet wenn wir werden von erwarten da kann ich aus zu deinen helmen aber soll hat er nicht schon trainiert ich weiß hier nicht mehr exakt bekomme ist das schadenfrei überleben sagt auch wenn ich sie dann ab mein gott noch mal wie schnell der hat schon wieder ein hallo und jetzt stirbst du tut mir leid nicht sagt adios anbost obwohl ich mein freund da war es nur noch einer katschen ich habe nicht 5.000 bekommen was soll hat denn das teilwand regio dann trallkracher erhaltene waffen da sind noch zwei dinger mein gott okay ok mein gott haben kein einziges leben verloren so erleben warum eigentlich nur gar nicht 20.000 selber können nehmen wir das was alle gleich hoch nehmen wir das hier und damit hätten wir schon wieder wo ich mich mal gucken kann ich irgendwo sehen wo noch sachen fehlen schwierig dafür noch so viele sachen hier sind noch vier sachen eiter xp oder xf also was bedeutet hier fehlt auch noch was was ich weiß auf jeden fall ich bin mir sicher ich glaube wie ich hier an der letzte metall kommen da weiß ich jetzt nicht wo noch eins ist ich dahin komme weiß ich aber das geht noch nicht wo ist hier hier ist auf jeden fall noch ein rüstungsheilat weiß ich aber ich weiß nicht mehr ich hoffe ich habe noch nie alles hier zu 100 prozent geschafft das ist das problem so dann würde ich mal sagen wir beenden verbrüht diesen part und ja dann werde ich mich mal im nächsten part aufmachen obwohl wir können noch hier die szene machen so bis zum nächsten spiel bis zum nächsten spiel bis zum nächsten spiel bis zum nächsten spiel die allevator sind so so das macht mich nur nervös wieso gibt es eigentlich keine neuen megamann spiel mehr ich verstehe nicht was mit dem konzept von mega wenn ich stimme ich meine hat auch schon immer potenzial gar weiter zu laufen mache ich im nächsten part schon direkt und ich mir die restlichen dinger schwierig ich weiß auf jeden fall wie ich hier der letzte komme glaube ich hoffe ich weiß nicht deswegen gehen wir da als nächstes und dann haben wir schon mal da 100 prozent wird die level auch schon abgehakt aber bis dahin würde ich erstmal sagen wir sehen uns im nächsten part arrivederci und tschüss